Hier ist doch ein Amboss. Moment, dann probiere ich mal was. Nee, da komme ich leider nicht. Ah, okay. Eisen haben wir leider noch nicht. Holz? Da kann ich ein Holzbück. Eine Säge brauchen wir dafür. Ha. Silber, Gold? Das ist cool. Also es gibt hier anscheinend echt noch Sachen, wo du wirklich deine Waffen aufbessern kannst und so ein Zeug. Ja. Okay, was kann ich hier jetzt machen? Keine Ahnung. Hier kann man auf jeden Fall irgendwie Blöcke machen. Aber da braucht man eine Säge dafür. Gibt die einem eine Säge? Mein Schwein ist so schön. Sagt sie. Sonst hat sie keine Probleme. Aber wenn hier der Crafting District ist, dann muss man doch hier irgendwo auch einen Laden finden, der so Sachen verkauft. Warte mal. Also ich sehe hier noch keinen. Aber die Stadt ist ja auch nicht wirklich klein, ne? Deshalb. Hm, Handel? Na, das kriegen wir ja schon hin, denke ich. Naja. Das ist ja die erste Session hier, also kann man nicht gleich alles finden. Ein Schaf, oh wie putzig. Wie die aussehen. Voll die Nase. Hier, Pet District. Wo? Äh, da. Ah. Bin mal gespannt jetzt. Vielleicht sagen die uns irgendwie, wie das geht. Aber was hier für ein Leben in der Stadt ist, voll cool. So, bei so einer geilen Stadt kann ich schon verstehen, warum draußen nicht so viele Leute rumlaufen. Ja. So, hier, Pet. Okay. Hast du irgendwie einen Laden gefunden? Nee, noch nicht. Da wird wohl irgendwo einer sein, der uns erklärt, was das mit diesen Tieren auf sich hat. Weil die sind eigentlich recht cool. Weil die, soweit ich weiß, helfen die beim Kämpfen und die spawnen auch immer wieder. Heftig geil. Hm. Also ich sehe nix. Nee, ich auch nicht. Das müssen wir, glaube ich, mal selbst ausprobieren. Hier ist wieder Adventure District. Komm mal hier raus, komm mal hier raus. Ich glaube, wir folgen einfach mal diesem Weg hier. Ich würde gerne mal zu den Brunnen. Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Hier ist noch ein Wirtshaus, ein Gasthaus. Nee, da ist der Brunnen. Nee, sind noch mehr Pumpkins. Hm. Was kann man damit machen? Kalk mir halt an, nee. Ich glaube, die kann man auch irgendwie zubereiten. Müssen wir mal ein Lagerfeuer probieren. So, ich gehe mal hier ins Wasser rein. Dann kann man eben, wenn man mit dem Wasser ist, die Flaschen auffüllen. Okay. Guck mal rein ins Kühlenass. Je, ich schwimm. So, jetzt muss ich nur schauen. Hier. Wie macht man das jetzt? Hm. Und ich glaube, man muss irgendwie ins Crafting-Menü oder so. Okay. Also auf C. Ah. Wo das ist, weiß ich nicht. Muss aber irgendwo hier sein. Wahrscheinlich hier ganz... Ja, 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 ich sehe schon. Ja, Waterflaschen. Cool. Machen wir mal voll, würde ich sagen. Weil dann kann man jetzt nämlich da Heildränke machen wieder. Ja. Die brauche ich auf jeden Fall. Können wir noch aufteilen. Ich habe ein paar mehr gemacht. Aber so wissen wir wenigstens, wie das jetzt geht. Ja. Finde ich cool, dass man das ziemlich schnell machen kann. Und mit so einfachen Sachen. Ich meine, Herzblumen findet man überall. Ja, die sind ja echt überall. Und Ginseng auch, also. Also mit dem Ginseng finde ich genial. Ja. So. So, wie machen wir jetzt den Heiltrank? Moment. Mal wieder raus aus dem Wasser hier. Das Charakter schlägt gerade die ganze Zeit irgendwie wild um sich hier. Ah, das geht wirklich cool. Ich kann mir jetzt elf Stück machen. Ja, cool. Auch gut, dass es nur eins verbraucht. Aber ich bin mir sicher, dass es da noch andere Wege gibt, sich zu heilen dann in der Vollversion dann. Bestimmt. So. Ich würde jetzt gerne mal... Huch. Äh, Moment. Ah. Drück mal Tab. Einmal. Jupp. Und geh mal mit A und D links und rechts. Dann kannst du auswählen, welcher Trank auf deiner Schnellauswahlleiste da ist. Ich mache den Heiltrank da drauf. Habe ich auch. Ganz schön nützlich. Den kann man nämlich während dem Rennen trinken. Das ist gut. Jupp. So, lass uns vielleicht mal Eisen suchen oder sowas. Nur, muss man sich auch irgendwie abbauen oder sowas? Ich glaube, das muss man nur abschlagen, soweit ich weiß. Also, einfach draufhauen. Nur, wo sind hier Berge? Oder wollen wir vielleicht mal den Weg hier folgen? Na, ich werde hier für den Weg hier. Ja, geh gerade mal in die Karte. Und du siehst direkt... Äh... Nordöstlich wieder von uns. Führt den Weg direkt zu diesen Schwertern da hinten. Ja. Können wir mal versuchen zu erkunden. Ja, guck mal, man kann laufen, während man in der Karte ist. Sehr cool. Ist ja richtig cool. Ja, lass uns doch weiterlaufen. Also, da hinten versuchen, da hinzukommen. Ich bin mal gespannt, was das ist. Sind jetzt irgendwelche Quests oder so? Das ist ja cool, weil dann kriegen wir nämlich Sachen. Ja, da sind nur noch viel XP. Ich habe Bock, ein paar Leute wieder umzubringen. Ich habe 35 XP. Ich habe 28. Oh, dann müssen wir mir mal helfen, dir hier ein bisschen. Herzblumen wieder. Was auch cool ist, man kann ja diese... Ach, ne, Ginseng. Nimm das mal. Ähm, man kann ja diese... Bränke außerhalb von Lagerfeuer und so weiter mal so weg entfernen. Das ist cool. Ja. Sehr schön. Guck mal, ist das da oben? Wo? Ah, da ist so ein Typ. Den killen wir mal. Hier ist der Weg auf jeden Fall, dann ist er wieder zurück. Jupp. Ah, ne, den können wir nicht killen. Das ist freundlich. Man muss ja nicht alles töten, ne? Ja. Ist ja nicht so blutrünstig. So, du darfst es mal fordern, damit du nicht da auf meinen Hintern standen musst. Sag mal auf deinen Hintern standen. So. Da links, ne. Da gehen wir dann... Gibt's denn zu viele, ne? Ne, da gehen wir später in das Gebirge, da hinten, meine ich. Warte mal. Weil das sind Höhlen. Obwohl, die könnten wir eine schaffen. Das wäre ein richtig geiles Level-Ding jetzt. Ja. Wir haben jetzt so viel Dreck. Boah. Genial. Boah. Geil. Oh, heilen, heilen, heilen. Gut. Oh, shit, ey. Da muss man noch reinkommen, ne? Mit dem Heilen und so. Jupp. Ich bin jetzt hier auf der Karte gerade nicht. Bogenschütze gegen Bogenschütze. Ich bin jetzt hier auf der Karte nicht. Natürlich, ich bin jetzt nicht. Bist du noch auf dem Server? Moment, ich helfe ja gleich. So. Äh. Ah, du bist da. Moment, lauf mal zurück. Genau. Lauf mal. Genau. Ah, da, okay. Ich darf die Karte wieder weggehen. Da ist ein bisschen laggy und buggy, aber naja. Das kriegen wir schon. So, da geht's eng. Bist du das davon? Ja, das bist du. Da können wir mit der Ginseng-Supermann. Und vielleicht mal probieren, was wir mit den... Dingens machen können mit den Pumpkins. Leider hier noch nichts. Schauen wir mal noch ein bisschen die Karte hier an. Oh Gott, ich hab 40 von den anderen was. Boah. Nee, die mach ich jetzt nicht alle, nee. Karte geht's weg. Genseng. Ach, Genseng hab ich gar nichts, hä? Na ja, dann hast du's wenigstens. Ja, ich hab auf jeden Fall noch was. Mit dem können wir wieder reden. Okay, das war's sogar schon. Okay. Gehen wir mal einfach weiter. Ich find, für die erste Session schlagen wir uns ganz gut eigentlich. Ja. Ich mein, sterben ist da Tagesprogramm bei dem Spiel, denk ich mal. Auf jeden Fall. Also da muss man sich auch nicht irgendwie schlecht fühlen, wenn man dann dauernd stirbt oder so. Also, ich mein, du bist außerdem... Ist das am Anfang? Ja, genau. Du bist außerdem ja auch Nahkämpfer, also. Na, wer verteile ich auch sehr gut, also. Ja. Hast du ein Schild? Nee, ne? Mhm. Immer eine große Katana. Ich glaub, du kannst ein Schild haben, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich hab... Doch. Ich hab ja sogar noch ein Schild vorhin mal am Anfang des Parts auch ausgerissen mit so'n kleines Schwert, aber ich bin das große viel besser. Okay. Ja, ja, klar. Macht mir das Damage. Ja. Ähm, die Hexe ist lieb. Ob man da mit den ganzen Hexen und so handeln kann, weil die sind ja Magierin. Mit Sicherheit. Vielleicht kann man da irgendwelche Tränke kaufen oder sowas. Ja, ich glaub, es bauen die noch ein. Weil, soweit ich weiß, sagen die nur, hallo, bist du Reisender oder was? Ja. So, die packen wir aber auch, ne? Ja, die packen wir, aber die sind so friedlich. Na komm, hau mal einfach drauf. Geben halt leider nur einen XP, aber... Friedlich, ne? Ja, genau. So, hau mal ab. Bam! Pulverisiert. Geil. Wie viel hast du so viel? Ja, 35. Ja, 44. Boah. Ha, das war ein Zwerg, den hauen aber auch. Blatt. Der sieht ja cool aus, ey, komm, äh. Ah, ist das eine Frau? So hoch. So hoch. So hoch. So hoch. So hoch. So hoch. Ja, hier, nix, Block, Block. Cool. 16 Copper. Das ist cool. Jetzt sind wir ja vom Weg abgekommen, ne? Äh, ja, stimmt. Dann gehen wir wieder zurück. Sollte sich vielleicht mal heilen. Das finde ich auch cool mit dem Ausweichen. Das geht aber auch wirklich. Ja. Du kämpfst dann so zack und zack. Das ist ziemlich cool gemacht. Ziemlich dynamisch. Man. So. Aber die Auslauche ist halt ziemlich schnell aufgebraucht. Ja. Auch beim Klettern vor allem, da merkt man das. Aber das kann man ja bestimmt noch skillen, naja. Das packen wir dann schon. Boah, was ist denn das für ein Berg da vorne? Boah. Boah. Da will ich hoch. Guck mal, neben dir. Äh, was ist da? Die will ich lieber nicht ergreifen. Die haben schon in sich. Oh, das hat halt die Buch. Oh Gott. Lemon Beatles. Die Beatles, die haben doch eigentlich gute Musik gemacht. Naja, okay, die greifen wir nicht an. Außer die greifen uns an. Ne, hau mal schnell ab. Ach, wie lieblich die Landschaft hier gemacht ist. Ja. Irgendwie echt cool. Ich glaube, wir könnten versuchen, da hochzuklettern. Naja, kommt noch von, was da oben ist, ne? Auf der Karte sieht es auf jeden Fall geil aus. Boah, stimmt. Warte mal, gucken wir mal, was da oben ist. Sie beläht sich aber, da wird bestimmt irgendwie was versteckt sein, bestimmt. Aber so machen wir nicht so... Ja, obwohl das wäre aber hindert, wenn wir da sich hochklettern würden, das wäre ja 100 Projekt. Äh, es ist der Weg hier, ja, ne? Ja. Oh, was juckt es mich denn jetzt im Kopf? So. Oh, cool. Wie sieht das aus? Wow. Die Wüste sieht auch richtig episch aus. Stimmt. Ich denke, die ganze Zeit, weil... Leck der Sound, ey wie so, aber ne, wir beide tapseln ja darum. Aber wie episch diese... dieser Berg da aussieht. Ich schwöre gerade von der Karte ein bisschen genauer an, also da ist aber irgendwas. Sind da nicht die Schwerter? Ja, die Schwerter sind in diesem Berg da drinne. Oh, ich seh's. Oh, okay. Kann man uns mal irgendwie Eingang suchen oder sowas? Ja, aber wenn ich aus, ist mal wieder weggehen würde hier. Oh, die vierte Ruler on the rock of E-Colon. Wir sollen da oben einen Typ besiegen. Hm. Ey, Karte, jetzt geh endlich mal weg hier, ey. Welche Karte? Ja, die Karte, die will bei mir einfach nicht weggehen. Hier. Die große Karte. Okay. Okay, jetzt ist sie wieder weg, aber... echt ganz schön strange. Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, äh, ein Waschbär. Oh, ah. Ich seh leider gerade nichts. Ja, macht nichts. Ich werd jetzt nur umgebaut. Warte, ich glaub nicht, umgebracht. Auf der Karte, die ich aber noch viel mehr Schwerter sah. Die sind aber ganz weit weg. Okay, ich bin wieder da. Oh Gott, der ist auch... Dieser Beißer da. Der ist auch, äh, krass. Boah, also die Karte stellt echt jetzt langsam, ey. Warte mal, dann drück noch mal ein. Das kann doch nicht sein. Die Kamera bei mir eigenartig, ey. Bei mir geht es gerade so. Die ist nichts falsch. Jetzt geht es bei mir auch so. Ich habe die Kamera gerade ein bisschen anders hier. Kann man die irgendwie umändern? Wie meinst du es? Kurz gesagt, jetzt alles in First Person. Ja, ich glaube, du hast zu nahe gescrollt. Ja, du hast recht gehabt. Ich habe es auch gerade gemacht. Cool, du hast First Person. Sieht ja witzig aus. So, wollen wir da so hochzukommen? Ja, oder? Auf jeden Fall. Wie kommen wir da hoch? Also so gut klettern können wir bestimmt noch nicht. Nee, echt nicht. Da muss ja wahrscheinlich irgendein Eingang sein. Oder muss man da hochfliegen? Das kann auch sein. Das könnte sogar eher möglich sein. Vielleicht sollen wir das mal googeln irgendwie. Wenn wir das nicht finden, weil ich bezweifle das. Oder wir warten einfach noch. Ja. Weil ich habe so das dumpfe Gefühl, dass es da überall, wo diese Schwerter sind, solche Hügel gibt oder so. Ich hoffe man nicht. Ich bin trochę gemeint. Oh, ich bin ruhig aus." Jetzt sind doch blieb Illustration. Oh-weilfli. Oh-meh-Oh! Oh ¼-Fel Ass... Oh ... Oh shit. akku alter die blöcke ich will ja gar nichts ab gar nichts so aus bis hinweg so ist er gehen sein so Ich würde sagen, wir wollen ja die Liebe auch nicht anfassen. Wollen wir da weiter? Wir wollen, lass uns mal, lass uns mal von hier aus nördlich weiterlaufen, über den Fluss da. Das sieht aus wie so ein Kolosseum da vorne. Ja. Lass uns da mal hingehen. Sieht interessant aus. So, wie diese Blätter da vom Baum ohne Fallen, diese Animation. Sieht richtig geil aus. So. Husch. Nehmen wir mit. Das nimmt auch mit. Aber ganz schön viele Lager gibt es hier. Gibt ja auch viele Wanderer hier. Na, das auf jeden Fall. So, äh, ich hab nicht mehr so viel XP, die ich brauch. Die Gruppe da vorne? Ne, die können wir nur anreden. Die sind voll, die haben voll Blut jetzt. Und Blut geschmeckt. Sind wir schon da? Ne. Aber hier irgendwie durch. Lassen wir uns mal versuchen, da durchzugehen. Jo. Da ist bestimmt irgendwas. Ah, 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 oh ja, ja, da sind so ein Bizer ist da. Was ist das? Keine Ahnung, ich hab den können aber auch noch nicht killen. Warte, die helfen uns vielleicht. Komm mal her, komm mal hier durch. Äh, wo ist du denn? Ich bin da durch, durch den Berg gelaufen, genau. Ja, die helfen uns, die helfen uns. Ja, wie geil. Boah, wo? Vielleicht kriegen wir den. Das wär mega. Oh Gott, da ist nicht mal die Hälfte, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn der den jetzt angreift hier, warte mal. Hey, Leute, ich hab's ja schon null HP. Stimmt, du hast null HP. Äh, lass uns mal da durchlaufen. Ja, der Ball ist da schön drauf. Ja, der du da auch mal drauf, oder? Jetzt. Kannst du deinen Schmetscher irgendwie aufladen? Nicht irgendwie immer, nur manchmal. Ja, wahrscheinlich, wenn du Mana hast, oder Ausdauer. Ich sag immer, Mana. Oh, oh. Ja, jetzt hat er mich. Ah, super. Ja, wo bist du? Ah, du bist da, okay. Ich komm wieder. Da ist der Zwiebel auf deinem Weg? Ne, ein Hund ist das. Ich dachte schon. Oh, cool. Oh, ne, der hat wieder volles Leben, warum auch immer. Äh, dann lass uns mal weggehen von dem. Ja. Weil, wir müssen da aber durch, irgendwie. Dann lass uns doch mal andersrum gehen. Kommt, dann? Ja. Oh, 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 oh. Nee, nee, der sieht uns glaube ich nicht. Oder? Nee, ich glaube, der sieht uns nicht. Der sucht uns aber, glaube ich. Ja, dann auch auf, komm her, komm her, komm her. Lassen sie durchgehen. Ich glaube, hier irgendwo gibt's Eisen in solchen Höhlen. Okay. Einfach suchen. Vielleicht finden wir da irgendwas. Da ist mir so ein Beißer da unten. Okay, hier ist nichts. Es gibt hier, glaube ich, auch so Saphir und sowas. Mhm. Es hat nicht mehr so viel ausgedaucht, aber ich muss gerade ein bisschen warten. Okay. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, aber hier ist auch nichts. Aber da vorne ist das Kolosseum, da gehen wir jetzt hin. Von Baum zu Baum, wie ein Assassine. Ich glaube, er war schon unten durch. So. Allez hopp! Au! Warte mal eben, hier ist noch ein Busch. Das ist der George, ne? Genau. Da ist auch noch ein Busch. So, können wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube, ich habe wieder Ginseng. Ja, viermal. Das nehme ich natürlich gerne bedankend an. Ich habe noch eins gehabt. Eben, wir müssen immer aufscreen die ganzen Ananas-Dinger dazu zu Scheiben machen. Ja. Ich glaube, da kann man irgendwie Kleidung daraus machen oder so. Bestimmt. So, wenn wir das jetzt erkundet haben, dann gehen wir am besten nach links. Also, da geht es irgendwie... Oh, gehen Sie hin? Da geht es irgendwie, ähm, wieder auf den Weg. Dann schau mal einfach mal, wo uns der Weg hinbringt. Okay. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran, bis dann.